Liebe Schach-Community, es geht weiter mit meiner Berichterstattung vom Sinkfield Cup in St. Louis. Letzte Etappe der Grand Chess Tour und sechs Runden sind gespielt. Vor zwei Tagen hatte ich euch ja den super Sieg von Jan Nepomnici gegen Anish Giri gezeigt und jetzt zeige ich euch die Partie von Nepo gegen Fabiano Caruana. Und ohne zu viel zu verraten, einer der beiden ist immer für eine mega Überraschung gut. Eigentlich beide, aber diese Partie hat es in sich. Sie wird euch gefallen. Was euch auch gefallen wird, mir gefällt es auf jeden Fall, wir haben einen neuen Knallerkurs rausgebracht auf Chessamy. Und zwar Jaroslav Krasowiczki, unser Resident-Autor, kann man sagen. Der bringt ja einen Knallerkurs nach dem anderen raus. Dieses Mal ein komplettes Repertoire gegen erstens D4 mit Schwarz. Und zwar basierend auf Nimzovic-Indisch und Bogo-Indisch. Nimzovic-Indische Verteidigung, natürlich eine Weltmeistereröffnung, spielt jeder Weltklasse-Spieler. In diesem kompletten Repertoire werden auch die anderen Varianten, werden aber auch die anderen Sachen wie Londoner System etc. abgefrühstückt. Also ein komplettes fettes Repertoire gegen erstens D4. Und das Ganze feiern wir natürlich wie immer zu Beginn, wenn ein Kurs rauskommt mit einem satten Rabatt von 25%. Der wird automatisch abgezogen, wenn man das Ding in den Warenkorb legt. Hier auf Chessamy findet ihr das. Auch über die Startseite haben wir das hier natürlich gebannert. Hier so ein fettes Banner, klickt man drauf, da kommt man drauf. Alle Infos findet ihr hier. Ich habe mir das schon angeschaut. Ich muss sagen, ich bin echt so langsam ein Fan von Yaru. So, jetzt aber zu Nepo gegen Caruana, sechste Runde Sinkfield Cup. Nicht Sinkfield Cup, es wurde mehrmals angemahnt. Sinkfield Cup heißt das Ding. Benannt nach Rex Sinkfield, dem Sponsor im Prinzip des gesamten amerikanischen Schachs inzwischen. Und der vielen Veranstaltungen in St. Louis. St. Louis ist ein bisschen die Hauptstadt des amerikanischen Schachs. Einer der Hauptstädte, Schachhauptstädte der gesamten Welt inzwischen. Und da gehen wir rein. Gespielt wird klassische Schach hier. Zwei Stunden für die ganze Partie plus 30 Sekunden Zeitgutschrift, sonst nichts. Und die 1,30, die da stehen, sind falsch. Ihr werdet sehen, nach dem ersten Zug, zack, stehen da zwei Minuten. Ich glaube, das ist so eine technische Geschichte hier bei der Anzeige. Es ist auch echt ein Problem. Jedes Turnier mit seiner eigenen Bedenkzeit und die Webseiten werden total überfordert. Müssen sich immer einstellen auf die verschiedenen Formate. Das kann man nicht alles programmieren, jede Eventualität. Aber hier, seht ihr es, von 1,30 ist die Standardzeit. Die eingestellt ist aber hier, schwupp, auf zwei Minuten. Äh, zwei Stunden. So, E4. C5, ein paar kleine technische Details so nebenbei. En passant erklärt. Springer F3, Sizilianisch. Und jetzt G6, beschleunigter Drache. Caruana. Experimentiert viel in letzter Zeit, ist mir aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal beschleunigter Drache von ihm gesehen habe. D4, nimm raus, nimm raus. Läufer G7, Springer C3. Ja, hier gibt es zwei große Blöcke. C4 ist der andere große Block mit Raumvorteil im Zentrum. Oder man spielt Springer C3 und entwickelt sich nochmal weiter. Springer C6, greift den Springer an. Läufer E3. Springer F6. Läufer C4. Rochade. Läufer B3. Ja, das ist eine typische Prophylaxe, hier den Läufer auf B3 aufzustellen. D6. Springer G4 ist jetzt hier eine kleine Drohung. Strategisch. Deswegen F3, verhindern wir. Und Weiß plant jetzt Dame entwickeln und dann lange Rochade. Und dann haben wir im Prinzip eine Also man könnte jetzt, meine ich, auch übergehen in die Hauptvariante der Drachenvariante. Oder in das Hauptmitläufer D7, Dame D2, Tum C8 und lange Rochade, meine ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist eine ganz fette Hauptvariante in der Drachenvariante. Wird aber nicht mehr so viel gespielt. Caruana wählt hier so ein bisschen anderen Weg. Und zwar Dame A5. Ja, sieht auch okay aus. Bringt die Dame ins Spiel. Fesselt hier den Springer. Gut, es droht jetzt nichts Besonderes. Und der absolute Hauptzug ist hier Dame D2. Mit der Idee lange Rochade. Das ist der Standardplan. Und dann irgendwie mit H4, G4 angreifen. Sowas. Nepo wählt hier aber, und er spielt sehr schnell, Dame D3. Der Zug sieht auf den ersten Blick etwas unnatürlich aus, wenn ich ehrlich bin. Dame D2 ist deutlich natürlicher, weil wir natürlich mit Dame und Läufer Richtung Königsflügel schauen. Das ist der klassische Ansatz. Aber Dame D3. Da er das sehr schnell gespielt hat, gehe ich stark davon aus, dass er das schon mal analysiert hat. Und hier gibt es schon ganz wenig Partien in der Datenbank zwischen Titelträgern. Klassische Partien. Eine, die ich gefunden habe, da ging es weiter mit Springer D7. Und der Idee Springer C5. Caruana dachte jetzt aber 20 Minuten nach und spielte Springer E5. Das liegt natürlich auf der Hand, das Tempo mitzunehmen. Der Springer steht hier aber so ein bisschen in der Diagonale des Läufers, blockiert den Läufer. Aber das kann ja kein Fehler sein, hier Springer E5 zu spielen. Und jetzt spielt Nepo nach relativ schnell Dame D2. Das widerspricht so ein bisschen dem, was Stockfish sagt. Stockfish möchte die Dame auf E2 aufstellen und das fällt C4. Solange wie möglich kontrollieren, damit der Springer da nicht reinhüpft. Finde ich auch etwas logischer, wenn man bedenkt, dass man den Springer nach E5 gelockt hat. Okay, aber Nepo spielt Dame D2 sehr schnell. Es geht weiter mit Läufer D7, Entwicklung, verbindet die Türme. Hier soll gleich ein Turm nach C8. Lange Hochrade, Turm FC8. Sieht alles sehr nachvollziehbar aus. Springer C4 ist eine Idee, Klassiker. Jetzt stellt Weiß den König auf B1 auf. Hier steht der König relativ sicher aktuell. Springer C4. Ja. Licht auf der Hand. Läufer C4, Turm C4. Schwarz bereitet nach gängigen Mustern. Hier die Turmverdoppelung vor. Haben wir alles schon gesehen. So oder ähnlich. Die Dame auf A5. Man könnte meinen, die steht da gut. Aber es gibt immer so einen kleinen Nachteil, wenn die da steht. Es gibt immer so Abzüge des Springers hier. Oder diese Springer B3. Das wäre jetzt hier auch sehr stark gewesen. Springer B3 mit Angriff auf die Dame. Das öffnet hier auch die D-Linie. Und dann entstehen spannende Motive. Wenn die Dame nach A6 geht, das ist ein typisches Feld häufig, um weiter Druck gegen A2 zu machen. Dann gibt es hier aber E5. Und Schwarz darf nicht nehmen, wegen Springer C5. Und plötzlich muss Schwarz hier eine Qualität opfern. Ja, weil der Läufer doppelt angegriffen ist. Und die Dame auch. Dreifach der Läufer. Also muss Schwarz hier die Qualität geben. Und das ist nicht genug Kompensation für Schwarz. Zumal jetzt auch der Bauer hängt. Schwarz müsste Springer E8 spielen hier. Dann Springer D5. Und Weiß hat ordentlich Initiative hier. Ja, die Dame müsste besser hierhin zurückgehen. Nach Springer B3. Und dann gibt es aber G4 und H4 und so weiter. Und dann greifen wir nach gängigen Mustern an mit Weiß. Springer B3 wäre gut gewesen. Aber Nepo spielt nach 5 Minuten g4. Ja, eventuell g5, den Springer vertreiben. Schwarz reagiert mit Läufer E6. Und jetzt wird sehr konkret ab hier. So, man nimmt hier auf E6 in der Regel nicht raus. Kann man machen. Aber diese Bauern sind besser als man denkt hier. Weil nichts mehr nach D5 kann hier. Das Feld D5 wird kontrolliert. Und eventuell ist auch die F-Linie ein Problem. Der Bauer F3. Habe ich häufig schon erlebt in solchen Stellungen. Neigt zur Schwäche. Also man kann nehmen. Aber ich verstehe, dass Weiß hier nicht nimmt. Er spielt Springer B3 jetzt. Ja, besser wäre es gewesen, jetzt hier Springer CE2 zu spielen mit Angriff auf die Dame. Die Idee ist, wenn die Dame nach A6 zurückgeht, was normal aussieht. Jetzt droht irgendein Abzug des Turms. B3 zu spielen und die Diagonale hier zu schließen. Der Turm muss zurück. Und dann können wir sogar nehmen und hier mit Springer F4 oder Springer D4 den Bauern irgendwann attackieren. Kann man sofort machen. Muss man aber nicht. Man hat vielleicht auch C4 hier. Das sieht alles sehr gut aus für Weiß. Übrigens, Dame A2 hier, bevor das gefragt wird, bringt nichts. Deswegen dem, dem und König B1. Das Qualitätsopfer hier bringt nichts. Läufer geht nach C3. Also, Springer CE2 hier mit Angriff auf die Dame war gut. Aber Nepo spielt jetzt hier Springer B3. Dame A6. Hier kann man mit Weiß natürlich mit H4 versuchen, den typischen Angriff zu starten. Aber Nepo spielt Läufer D4. Er hat natürlich jetzt hier eine Menge Figuren um den König herum. Es gibt aber ein kleines Problem mit dem Läufer auf D4. Das wird gleich deutlich. Turm AC8. So, jetzt hat Schwarz alle Figuren im Prinzip super im Spiel. Das ist so ein, ja, typisch Drachenvariante, ne? Klassiker. Viel besser geht's nicht. Und so langsam droht er was. Er ist aber ein bisschen versteckt. Weiß sollte hier die Dame ziehen. Dame E3 zum Beispiel. Oder Dame G5, sagt die Engine. Aber Dame G5 finde ich ein bisschen seltsam. Mit der Idee Dame B5 vielleicht. Wie auch immer. Dame E3 ist hier gut. Und wir werden gleich sehen, warum. Dame E3 war prophylaktisch gedacht. Es geht auch darum, eventuell dem König hier ein Fluchtfeld zu machen. und nicht in den Angriff gegnerischer Figuren reinzugehen mit der Dame. Oder aus dem Angriff raus. Nepo spielte hier sehr schnell G5. Ihr seht es an der Bedenkzeit. Er spielte sowieso irgendwie fast Blitzschach hier. 18 Züge. Irgendwie nur so 2-3 Minuten verbraucht. Das ist schon wieder so ein typischer Nepo irgendwie. Also irgendwie total, als ob er irgendwie Rapid spielen würde oder Blitz. Aber G5 ist ein Verlustzug. Eigentlich schon fast 2 Fragezeichen wert. Wir wollen aber nicht zu kritisch sein, weil die Variante, die jetzt kommt, ist schwierig. Und ich weiß nicht, ob Caruana das in Blitzen gesehen hätte alles. Was macht man hier mit Schwarz? Drachenspieler kommen natürlich hier voll auf ihre Kosten. Und Freunde und Frohlocken. Springer E4. Dieses Motiv ist bekannt. Dieses Figurenopfer. Das ist natürlich jetzt hier in einer minimal ungewöhnlichen Version. Ich nenne es mal so. Was macht man hier? Man muss natürlich den Springer schlagen. Fe4. Wenn der Springer nimmt, ist es natürlich noch klarer. Dann kommt Turm D4. Und die Idee ist Springer D4 und dann Dame A2. Darum geht es hier. Alle Figuren von Weiß weglocken. Die Diagonale öffnen und dann matt setzen. Deswegen nimmt Weiß hier auch mit dem Bauern. Und jetzt nimmt Schwarz erstmal den Läufer hier raus. Mit dem Läufer. Turmschlicht D4 geht hier nicht. Wegen Springer D4 ist Quatsch. Der Springer deckt ja hier den Bauern. Und auf Turm C3 können wir mit der Dame nehmen. Und der König kann hier rauslaufen. Na hier können wir sogar den Läufer nehmen. Also, Schwarz muss mit dem Läufer nehmen. Das liegt auch auf der Hand. So, jetzt hat Schwarz einen ganzen Bauern mehr. Das Läuferpaar. Der Läufer schlicht C3. Weiß muss nehmen. Was sonst? Was war der Zeitverbrauch? Genau, Springer E4. Nepo dachte jetzt 16 Minuten nach und nahm mit dem Bauern. Er hat also gar nicht damit gerechnet. Er war viel zu faul. Er war total rechenfaul zu Beginn dieser Partie. Ganz klar. Total lethargisch. Und lässt das hier einfach geschehen mit sich. Läufer D4. Springer D4. Und jetzt Turmschlicht C3. Das sind alles so klassische Opfer einer Drachenvariante. Es droht jetzt Dame schlicht A2 und Dame A1 matt. Ja, der Turm ist vom Turm gedeckt. Was sollen wir hier machen? Nepo entscheidet sich für A3. Natürlich muss man fragen, warum nicht Springer schlicht E6 hier. Dann kommt Turmschlicht C2. Und Dame D5 ist eine wichtige Variante. Wenn Schwarz jetzt hier schlägt, dann schlage ich hier mit Schach. Aber Dame B6 gewinnt. Dame D4 ist einfach Fe6 und Schwarz hat zwei Bauern mehr. Das ist zu viel. Also B3 hier. Aber dann kommt Dame A6, A4 und dann Dame E2. Und weiß muss hier die Dame nach D4 wieder zurückziehen, um das Feld B2 zu decken. Aber dann nehme ich einfach den Springer und habe zwei Bauern mehr. Das ist zu viel. Und natürlich hier die Aktivität. Wir können natürlich auch hier schlagen. Aber am Ende gewinnt Schwarz den Springer und hat Dame und zwei bis drei Bauern gegen zwei Türme. Ein zu großer Materialvorteil. Also schweren Herzens entschloss ich Nepo hier A3 zu spielen. Aber der Angriff ist jetzt so ein bisschen, also der läuft jetzt von alleine. Zumal jetzt in dieser Stellung Schwarz auch kein Material geopfert hat. Im Gegenteil. Er hat einen Bauern mehr. Dame C4. Es droht wieder matt. Springer E6 scheitert an Turmschlicht C2. Hatten wir. Also probiert Nepo B3. Na gut, Springer E6 wäre jetzt hier immer noch besser gewesen. Nach Turm C2, Dame D5. Schnapp, schnapp. Schnapp, schnapp. Hat Schwarz nur einen Bauern mehr. Die Engine sagt, es ist total gewonnen für Schwarz. Aber zeigt Züge an, die sind nicht so leicht, finde ich. Im Übrigen der König hier, der kommt nicht so leicht ins Spiel. Also so klar finde ich das nicht. Egal. Nepo hat er jetzt hier sich noch ein bisschen aufgegeben auch. Er spielt B3. Dame C5. Jetzt hängt er A3. Turm C1. Ja, Springer E6 geht sowieso nicht wegen Fe6. Und dann hängt der und der. Also Turm C1 deckt hier ihn. Möchte Springer E6 spielen. Aber jetzt ist der Bauer weg auf A3. Wieso hat er nicht König B2 probiert? Den hätte er probieren können eigentlich. Also ein bisschen unverständlich das Spiel hier von Herrn Nepomniachi. Nepomniachi. Turm C1. Ich denke, er ist ein Spieler, der sich wirklich komplett gehen lässt. Wenn er merkt, er hat einen Fehler gemacht. Dann bricht er komplett ein. Das hatten wir bei der WM 2021 gegen Carlsen auch in zwei, drei Partien. Könnt ihr euch erinnern? Er hat dann einen taktischen Fehler gemacht. Und dann brach er komplett ein. Dame A3. Jetzt hat er zwei Bauern weniger. Ja, es ist komplett verloren. Er macht hier H4. Er hätte jetzt Springer E6 wenigstens probieren sollen. Fe6, auch wenn er zwei Bauern weniger hat. Okay, es ist verloren, aber H4 ist so ein Zug irgendwie, wo man sich denkt, was soll das? Turm 8, C5. Es droht Turm A5, gefolgt von Matt auf der A-Linie. Der König kann halt nicht wegrennen. Deswegen Turm Cf1. Jetzt gibt es eine Ausrede. Wenn der kommt, da kommt natürlich Dame C3 und Weiß gewinnt hier plötzlich, weil kein Matt ist. Dann läuft der König hier weg. Deswegen halt Turm F1 hier, Turm Cf1. Aber jetzt geht dieses Läufer schlicht B3 und Weiß gab auf. Okay, hier müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Warum kann man hier nicht nehmen? Wegen Turm B3, Cb3, Dame B3, Dame B2 und hier Dame D3 Schach. König auf die A-Linie und dann Turm A5, Dame A2. Dame C3 und am Ende wird es Matt. Das ist eine wichtige Variante. Und wenn der König hier hingeht, dann kommt entweder Dame A3 und Dame C3 oder Dame A3. Und wenn der König nach B1 geht, Turm B5 und der König wird auf jeden Fall hier Matt gesetzt. Ja, was für eine Partie von Nepo. An einem Tag später wie Gott, an einem anderen Tag später wieder totale Patzer. Es ist total seltsam bei ihm manchmal. Und Caruana natürlich viel, viel solider und konstanter. Bei dem sieht man solche Sachen eigentlich nie, dass er mal so verliert. Wir schauen mal auf das Turnier. Nach sechs Runden. Wohin mit mir, damit ihr das gut sehen könnt. Da könnt ihr es sehen. Es gab in der sechsten Runde eine entschiedene Partie. Das war hier der Sieg von Caruana. Der Rest endete Remi. Wir sehen, Ferusca führt das Turnier an mit 4 aus 6. So und Caruana dahinter mit 3 aus 6. Und dann haben wir mehrere Spieler mit 50 Prozent, die alle bisher Remi gespielt haben. Vashila Graf, Gukes, Dingleden der Weltmeister. Immer noch so ein bisschen im Remi-Modus, im Sicherheitsmodus. Versucht eher nicht zu verlieren. Pragnananda sechsmal Remi. Und dann Abdus Satorov. Nepo zweimal verloren jetzt insgesamt. Giri bei Giri läuft es in der Letztzeit auch irgendwie gar nicht. So hat man den Eindruck. Drei Runden sind noch zu spielen. Mal schauen, was passieren wird. Ich werde natürlich in den nächsten Tagen noch darüber berichten. Das war es von mir. Macht es gut. Und gerne eure Meinung äußern zu Nepo und zu seinem Spiel. Würden wir mal interessieren. Macht es gut. Schön, dass du noch da bist. Kennst du eigentlich schon Chesamee The Big Greek Academy? Dort findest du eine Menge Kurse über Eröffnungen, Mittelspielthemen, Endspielthemen und eine tolle Serie über Weltmeister. Klick einfach auf das Banner und schau nach, ob auch für dich etwas dabei ist.